Wir vergleichen meinen Sohn und ich und ich mache weiter mit der rechten Seite. Ich gebe das ganze Gesicht als erstes eine erste Farbschicht, das Gesicht, die Haare, die Lippen und auch die Augen. Und dann beginne ich mit verschiedenen Buntstiften, das Gesicht mehr Volumen zu geben. Und wenn du auch malen und zeichnen lernen möchtest, dann mach jetzt kostenlos mit in meinen kostenlosen Live-Malkurs. Alle Infos findest du auf meinem Video. Noch ein paar Details und fertig.